Ich lerne Deutsch. Nummer 11701 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Machst du dir Sorgen um deinen Arbeitsplatz? Freundschaft im Sport schafft Vertrauen und ermöglicht echte Zusammenarbeit. Freundschaft im Sport schafft Vertrauen und ermöglicht echte Zusammenarbeit. Was hast du im Sand gefunden? Bernstein? Eine Goldmünze? Oder nur eine Muschel? Was hast du im Sand gefunden? Bernstein? Eine Goldmünze? Oder nur eine Muschel? Was hast du im Sand gefunden? Bernstein? Eine Goldmünze? Oder nur eine Muschel? Hast du heute Lust auf Pizza? Wir könnten eine bestellen und zusammen essen. Hast du heute Lust auf Pizza? Wir könnten eine bestellen und zusammen essen. Das ist die Art von Musik, die ich mag. Das ist die Art von Musik, die ich mag. Das Brot schmeckt zum Frühstück sehr gut mit Butter und Marmelade. Das Brot schmeckt zum Frühstück sehr gut mit Butter und Marmelade. Die Förderung der sprachlichen, motorischen, sozialen und emotionalen Entwicklung der Kinder ist Aufgabe der Erzieherinnen. Vergesst bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. Ça wieder runter. Und dann, zwei. Tschüss. Es gibt. Vielen Dank.